Läuft schon? Läuft schon. Hey Leute, was geht? Sebastian hier von The Wonder World und Patrick von... SWIPDANCE! Wir haben echt, echt, echt eine geile Nachricht und ich bin so, so, so dankbar dafür, dass es funktioniert hat. Denn The Wonder World hat exclusive, was keiner hat in Deutschland. Wir haben alle davon gehört, dass Paris Goebel einen Film choreografiert hat. Und dieser Film kommt jetzt nach Deutschland. Wir haben den Film exklusiv. Ja, das heißt, ich hab den schon gesehen. Ich noch nicht. Ich durfte den Film schon sehen in der Originalfassung. Und sehr, sehr empfehlenswert. Ist mal definitiv was anderes. Also wenn ihr den Film schaut, ist es nicht so wie die anderen Filme. Aber mehr möchte ich gar nicht verraten. Ähm, ja. Möchtet ihr den Film auch schon vorher sehen? Und zwar in Originalqualität. Nicht so gescreamt irgendwie Internet, dies, das, nein. Das haben wir organisiert, zusammen mit dem Timo Breuer vom Tanzraum. Ja, danke Timo, dass du das organisiert hast. Und zwar. Wir verlosen exklusiv 100 Plätze. Nicht mehr. 100 Plätze. Ich. Okay. 100 Plätze. 100 Plätze. Verlosen wir. Mit ein Tänzern. Scheißegal, wie ihr herkommt. Und ich werde auch ein paar Tänzer noch aus der Umgebung so anrufen. So kommt vorbei. Wir schauen uns ja alle an. Das heißt, die könnt ihr auch treffen. Mal gucken, wenn ihr da noch alles sehen werdet. Ihr habt die Chance dabei zu sein. Ihr habt die Chance dabei zu sein, den Film zu schauen, mit uns abzuhängen, Nachos zu futtern, Cola zu trinken. Was weiß ich. Und natürlich den Film als allererstes vor allen anderen zu sehen. Okay? Das Ganze findet statt. Ab wann? Am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, am 23. Oben 20.15. Primetime. Und das Ganze im Tanzraum Hür. Im Tanzraum Hür. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist in die Links gehen, die wir euch irgendwie mit dabei geschrieben haben. Und unten. Wobei bei Facebook ist es oben. Und zwar, geht auf meine Website thewonderworld.de. Dort ist der Link. Schreibt euren Namen, eure E-Mail Adresse und schickt das einfach an uns. Das ist eigentlich ganz einfach. Muss man nur angeben. Und zum Schluss, am Dienstag, was hast du gesagt? 22 Uhr? Gegen 22 Uhr. So, Dienstagabend. Wir müssen beide immer noch arbeiten bis späten Abend. Deswegen werden wir euch alle Dienstagabend informieren, wer letztendlich mit uns den Film schauen kann. Okay? Natürlich in der E-Mail steht auch drin nochmal die genaue Adresse, Uhrzeit, bla bla bla. Ihr dürft euch auch gerne die Freunde mit auswählen. Kommt einfach. Schickt dem so, ey, schickt auch eine E-Mail hin und dann kommt ihr einfach zusammen. Wie gesagt, 100 Plätze sind nur da. Und ja, wir wünschen allen viel Glück. Und der Trailer, den könnt ihr auf meiner Seite auf jeden Fall auch sehen. Das ist auf meiner Seite auch. Auf meiner Seite auch. Genau. Auf shrednets.com haben wir genau dasselbe. Ihr könnt euch da auch registrieren. Wir sammeln dann alle und wählen dann 100 Leute aus. Und ja, dann hoffe ich, dass wir Mittwochabend alle gemeinsam so mit 100 Leuten richtig zum Party machen wie WM. Pop und schmeißen. Public viewing. Public viewing mit Kinofilm. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass es geklappt hat. Danke der Agentur, die das möglich gemacht hat, dass wir da mit drin hätten hängen. Und danke der Timo, dass er den Tanzraum klar gemacht hat. Und jetzt ganz kräftig allen Bescheid sagen. Klicken, machen, teilen, liken, share. Alles. Ja. Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Ciao. Heute ist euer letzter Chance. Zeigt mir, dass ihr das hier wollt. Und was, wenn sie dich nicht nehmen? Das hängt von dir ab. Sonst legst du raus. Das ist doch nur eine blöde Dance-True. Für dich vielleicht. Für mich geht's hier um alles. Ich bin 기다� Sebastian. Ich bin bin extra Kopf. Ich bin Gedực Glied. Ich bin gerne wenn ihr daHelp. Dann balGB Deborah verd �ach. Ich bin gern geapaht. Ich bin Wenn Du Papstpak fearsst. Warum merk сум mehr? Was von bisher ist voll. Wenn Du auch kein Tymer bekst. Tolle Almighty ist wie sich bald weißignet. Und wirう almighty sind vorangegangen.